Ich habe einen Fake-Server mit einer Fake-Welt und einem eigenen Plugin erstellt und habe dann Leute auf Fiber gekauft, die für mich Diamanten farmen sollen. Der Twist, in diesem selbstgecodeten Plugin konnte ich die Spieler richtig trollen. Von einer Freeze-Funktion, bei der ich die Gegner einfriere, über einen Damage-Troll, bei dem die Gegner random Schaden bekommen, bis hin zu einem Autobahn-Tool, bei dem die Gegner einen Bann bekommen, wenn sie Diamanten abbauen. Ich benutze kein X-Ray. Ja, ich bin gebannt für X-Ray. Wenn du mehr von sowas sehen möchtest, abonniere diesen Kanal, aktiviere die Glocke, damit du nichts mehr verpasst und like dieses Video. Folg mir auch gerne auf Twitch für Daily Livestreams und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Es wurde richtig geil. Zuerst brauchten wir ein Plugin für unseren Server und ich kann selber nicht coden, deshalb haben wir uns jemanden herangeholt, der uns hilft. Bitcoin Client. Was hast du gemacht? Ich habe jetzt eigentlich alles drin. Wir haben jetzt den Freeze drin, wir haben jetzt Anti-X-Ray drin. Wenn er jetzt in der Nähe von Dias ist, der Spieler, dann verschwinden die automatisch aus der Welt. Das heißt, wenn er jetzt einen Dia abbaut, wird er gebannt für X-Ray. Ja. Sehr, sehr nice, Alter. Das ist cool. Okay, dann sind wir ready to go. Um überprüfen zu können, ob dieses Plugin wirklich idiotensicher ist, habe ich mir bei Zepra angeholt und wir haben uns das gemeinsam angeschaut. Yo, ich komme auf die... Ach, scheiß drauf. Warum bin ich jetzt hier? Yo, ich komme jetzt auf den Server, man. Du bist jetzt jemand, der mir Dias farmen will, okay? Und ist das authentisch? Das ist hier so eine Welt mit Freunden. Ja. Das ist unser schönes Haus. Und da tut der Typ dann die Diamanten rein, die er nicht findet. Yo, sogar extra mit so Crabkissen. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Er muss halt in die Mine und muss halt farmen, so. Junge, Digga, hä? Die Diamanten, die sich in seinem Chunk befinden, die gehen direkt wieder weg. Das heißt, er kann keine finden. Oh, Junge, der arme Bruder. Der wird hier 10 Kilometer lang bauen, wird so verzweifelt sein. Troll, die armen Kinder. Ich bin stark. Achso, das war... Oh mein Gott, das war das Troll, Digga. Ich kann dir nur Damage geben, okay? Kriegst du kein Damage? Nein. Was? Ey, extrem geiles Schlag, ja, Digga. Yo, lass dafür doch mal ein leichter, yo. Jetzt kommt das Beste, Zep, okay? Warte. Ja, ja. Irgendwann, du würdest jetzt Dias finden. Okay, das geht, so. Jetzt mach ich Toggle Autobahn. Bau nochmal Dias ab. Oh mein Gott, Digga, das... Oh, nice. Nein! Würdest du sagen, ist gut? Ja, sehr nice, das ist alles. Dann wurde es schon Zeit für die ersten Besucher. Ich stelle sie euch mal vor. Da haben wir einmal den Leo. Er ist gejoint, er ist gejoint, er ist gejoint. Jetzt checkt er unsere Wohnung ab. Boah, schön. Als nächstes den Finn. Leo meinte, er wurde gebannt, als er einen Dias gefunden hat. Das haben wir aber behoben. Würdest du X-Ray benutzen? Nee, oder? Äh, nee. Okay, gut. Dann der Nono Elmo. Du farmst jetzt Dias. Okay. Und zu guter Letzt, Lukas. X, 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 Lukas EP, X, X, X. Diese vier sind heute unsere Opfer. Ich schaue, dass ich einen Stack oder so finde. Naja, anscheinend sind sie sicher, dass sie Diamanten finden werden. So, er ist ready to go. Jetzt ist hier die Cape Spide. Oh nein! Wo kommt die denn her? Hm. Okay, er geht jetzt in die Mine. Nono Elmo 4896. Er ist total ready. Er hat direkt die Einrüstung an. Höhe 30 oder 40 findet man Dias am meisten, oder? Was zur Hölle? Alles nur kein 30 oder 40. Ich bin bei der Sache immer relativ lucky. Das heißt, ich glaube, ich werde das relativ schnell hinkriegen. Denkst du, dass du der glückliche sein wirst, der die Dias findet? Ich hoffe. Ja, das kriege ich easy hin. Das kriege ich wahrscheinlich sogar noch heute hin. Wir haben hier ja diesen schönen Strip, mein Weg. Und der liebe Leo versucht jetzt hier Dias zu finden. Okay, Leute. Jetzt wird es Zeit für den Troll-Command. Ich glaube, er hat sich eingefunden in die Welt. Slash, hops. So. Wir freeseln den jungen Herren mal für fünf Sekunden. Komisch. War wahrscheinlich einfach nur ein Lag. Geil, Alter. Geil. Okay. Da ist der Server grad ziemlich am hängen. Ah, leckt er wieder? Ja. Ich weiß nicht, ob der Server leckt oder ich. Einige Zeit ist vergangen. Keiner hat Diamanten gefunden. Also haben wir künstlich nachgeholfen. Wir haben eigene Dias hingeplaced und sie bannen lassen. Ähm, wenn du Dias findest, oben in die Kiste tun. Ja. Und ich sage euch, die Reaktionen von den Leuten waren unbezahlbar. Ich kann mir ja gar keine Screenshots machen. Fuck. Fuck. Well. Ja, es gab keine Explosion. Der Creeper ist nur quasi explodiert, aber... Da ist er wieder. Scheiße. Ich bin Lava, ich bin Lava. Ich bin da halt einfach gewesen, hab meine Items aufgesammelt und auf einmal steht da wieder dieser Creeper. Wo könnten Dias sein? Hm. Och, Menno, ich hab keine Dias gefunden. Erstmal hochgehen in die Base. Dias. Ach. Scheiße. Nicht Dias. Mein Gott. Wo kam dieser Creeper jetzt her? So, Leute. Wir haben jetzt Autobahn aktiviert. Wenn er den Dias da hinten jetzt abbaut, der sich hinter dieser Wand befindet, ist er gebannt. Und er hat Dias. Oh. Und er wird gebannt. Oh nein. Oh nein. Ich hab grad nach vorne gebaut und wollte grad anfangen zu meinen. Und dann wurde ich vom System gebannt. Für was denn? Für X-Ray. Hey, cheatest du? Ich weiß es nicht. Ich wurde schon wieder gebannt. Hä? So, wir haben ihm jetzt Dias hier hingesetzt. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis er kommt. Und dann wird er gebannt. Überall um mich herum sind immer Lava-Sounds. Das macht mich so aggressiv gerade. Hör auf, hier überall Lava-Dias. Mann, kann dieser Server mal aufhören zu erlenken. So, Leute. Auch bei ihm werden wir den Autobahn-X-Ray-Prank benutzen. Da hinten ist er. Ich hab hier jetzt Ärztin gepackt. Und er wird sich jetzt so freuen, wenn er die Dias sieht. Komm. Diamanten. So. Oh. Woher kommen denn die ganzen Creeper? Oh nein, Elmo. Schon wieder tot. Mann. Ja, unser Freund Elmo ist die ganze Zeit gestorben. Und ich hab kaum mitgeholfen. Also, das war einfach wirklich sein Verdienst. Jetzt hat er Dias gefunden. Er freut sich wie ein Keks. Ja, endlich Dias gefunden. Und jetzt bau sie ab. Tu es. Er wurde gebannt. Oh nein. Er tut mir so leid. Oh mein Gott. Ich wurde gebannt. Als ich das Erz abgebaut habe. Wir tun jetzt mal so, als würden wir es nicht verstehen. In Wahrheit ist es natürlich das Plugin, was das macht. Nono, wie läuft's? Hab ich jetzt mal geschrieben. Na ja. So, mal wieder ein weiterer Tag in der Mine. Heute mal wieder sterben. Gar kein Bock. Endlich. Die allerersten Dias. So, Elmo. Da hinten sind die Dias. Hol sie dir. Renn den Weg entlang. Nein. So, bau sie ab. Er hat sie abgebaut. So, ich hab ihn wieder entbannt. Er ist wieder gejoint. Er wurde schon wieder gebannt. Wundert er sich nicht? Oh nein. Ja, endlich wieder Dias. Hm. Vielleicht können wir sie dieses Mal abbauen. Und... Er wurde schon wieder gebannt. Ja, jetzt haben wir aus Spaß den Damage Command benutzt und haben die Leute ein bisschen genervt. Es wird Zeit, Leute. Wir geben ihm jetzt Damage. Zack. Hä? Woher kommt denn der Damage? Wo soll, kam jetzt hier dieser Pfeil her? Okay, irgendwie checkt er nicht, dass er Damage bekommt, glaube ich. Ich glaube, er denkt, dass er brennt. Oh, jetzt kommt die Pieper. Und er ist tot. Nein, die Sachen sind weg. Jetzt tut mir fast schon leid, dass der Typ hier gestorben ist. Ich weiß nicht, was bei eurem Haus los ist. Aber immer, wenn ich in diesem Haus bin, ist hier irgendwo ein Skeleton oder so, das mich ständig abschießen will. So, wir geben ihm ein bisschen Damage, damit er sich ein bisschen wundert. Hm, wo kommt denn der Damage her? Haha, er sucht jetzt die Skelette, die ihn abschießen. So, Leute, wir haben uns ganz kurz gemutet. Der Typ hatte in seiner Kiste einen Dia. Den nehmen wir jetzt raus und dann schauen wir, was er sagt. Den Dia haben wir ihm übrigens zuvor gegeben, um ihn ein wenig bei Laune zu behalten, weil sonst könnte er ja lieben. Ich habe mir extra noch einen Screenshot erstellt, als der Dia noch drin war. Den kann ich gerne auch mal schicken auf Discord. Warte mal, hast du wirklich X-Ray? Nein, ich habe nicht X-Ray. Ja, und der war dann irgendwie sauer. Ja, jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo bereits zwei Leute von vier ein bisschen den Braten gerochen haben und sie haben mal richtig ihre Meinung gesagt. Roll, jetzt sind auf einmal drei Dias. Interessant. Wie geht's? Ja, mir geht's ganz gut, aber ich glaube wirklich, das hier ist ein Prank. Das Ganze hier mit dem Anti-X-Roy. Ah, die Stimmung wurde auch nicht unbedingt besser, muss man ehrlich sagen. Junge! Geil! Ich meine, wer wird schon gerne getrollt? Okay, interessant. Hier sind auf einmal gegenüber vom Knopf sind auch Dias. Ja, ich wurde gebannt für X-Ray. Ah ja, klar. Cheatest du, Finn? Nein! Nein, er cheatet nicht. Warum werdet ihr für X-Ray gebannt, wenn ihr nicht cheatet? Ich benutze kein X-Ray. Ja, ich bin gebannt für X-Ray. Ich bekomme aber... Ja, das vielen Dank auch. Schalten wir mal rüber zu Lukas. Ihn haben wir nämlich zwei Stunden lang abends alleine gelassen und er hat die ganze Zeit gefarmt. Hier kleine Ausschnitte. Man sieht hier halt wirklich total, wie er die ganze Zeit eifrig gefarmt hat und alles versucht hat, Diamanten für uns zu finden. Hört selbst hin, was er jetzt sagt. Ich muss jetzt auf. Es ist 22 Uhr. Ich habe keine Dias gefunden. Ich habe keine Ahnung, warum das nicht klappt. Das will ich hoffentlich noch eine Antwort von dir hören. Ob du mich wirklich gerade richtig hart gefrankt hast. Und auf einmal, von jetzt auf gleich, hat jemand das hier gesagt. Also, ich sage mal so, es gibt einen Minecraft-Youtuber, der heißt Feuerstein. Das war am Anfang schon echt verdammt komisch. Elmo, ich habe dich verarscht. Die Leute haben natürlich ihr Geld bekommen und alle sind glücklich. Und ich wette, auch denen hat das ein kleines bisschen Spaß gemacht. Und damit würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Jeden Samstag 11 Uhr im Video und ciao, ciao. Ne, oder so. Big Fail. Fail Fisch. Bis zum nächsten Mal.